Der Tanz-Tipp von und mit Günter Norris. Ein musikalisches Menü mit deutscher Tanzmusik. Heute im aktuellen Big Band Sound. Am Studiomikrofon Günter Norris. Meine Damen und Herren, liebe Tanzfreunde, unser Tanz heute heißt Rock'n'Roll und wollen wir einmal kurz überdenken, wie lange es gedauert hat, bis wir zum Rock'n'Roll der 80er Jahre gekommen sind. Von den Ritualtänzen der Urvölker bis zu den Volkstänzen im Mittelalter, von dem Charleston in den 20er Jahren bis zu unserem Rock'n'Roll in den 80er Jahren, war es bestimmt ein weiter langer Weg. Und wie viel hat sich da getan, musikalisch wie auch tänzerisch. Aber wie ich schon sagte, die Menschen befassen sich schon seit Urzeiten mit der Musik und mit dem Tanz. Unser nun folgender Rock'n'Roll ist im 44er Tempo, das heißt 44 Takte pro Minute. Das ist das klassische Chive-Tempo, das auch beim Turnier getanzt wird und heißt Zwilling Rock. Er ist dem Sternbild der Zwillinge gewidmet, die ja sehr quicklebendig, spontan und jugendlich sein sollen. Und dank ihrer Kontaktfreudigkeit und ihrer ungehemmten Aktivität sollen sie jederzeit ein glänzender Partner beim Rock'n'Roll sein. Berühmte Zwillinge zum Beispiel Judy Garland und Richard Wagner. Die beiden sehe ich jetzt lustigerweise vor meinem geistigen Auge zusammen Rock'n'Roll tanzen. Aber jetzt, meine Damen und Herren, sind Sie aufgefordert, mit uns Rock'n'Roll zu tanzen. Hoffentlich ist genug Platz da. Ich sage bye bye, bis zum nächsten Tanztipp. Ihr Günter Norris Ich sage mal, bis zum nächsten Tanztipp. 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 Untertitelung des ZDF, 2020